Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Hier werde ich euch beibringen, wie man eine Seite erstellt. Wenn ihr jetzt an einem Wiki-Projekt teilnehmt, dann müsst ihr euch ein bisschen auskennen. Und wir fangen mal mit den Basics an. Also, das geht eigentlich ganz einfach. Wir schauen mal, wo wollen wir eigentlich einen Eintrag einfügen. Sagen wir mal in der Kinematik, die soll erweitert werden um ein Kin 4. Dann klicken wir also auf Kinematik. Diese linken Zeile hier oben wird sich ändern. Jetzt müssen wir folgendes machen. Wir fügen hier, sagen wir mal, Kin 04 hinzu, drücken auf Enter. Der wird uns sofort ausspucken, dass dieses Thema noch nicht existiert. Das können wir aber ändern, indem wir auf Seite Anlegen drücken. Und jetzt können wir ganz gemütlich anfangen mit unserer Überschrift, sagen wir mal Kin 04. Das ist ein Test. Punkt, Punkt, Punkt. Auf Wiedersehen. Das Ganze, das können wir speichern. Und wir haben unsere neue Seite, die wir hier angelegt haben. Sieht gut aus, oder? Untertitelung des ZDF, 2020